Hallo liebe Belly-Freunde, hier ist wieder euer Tweety-Me. Ich habe mich neulich mal gefragt, was gibt es eigentlich noch so für Sittiche in Australien? Und was dabei rausgekommen ist, das hier geht's. Viel Spaß! Na nur, na nur, na nur, wo bin ich denn hier woanders? Bin ich hier in Australien? Nein, nein, wir sind ja lauter Belly-Wichter, was ist denn hier los? Wo bin ich denn hier? Was mach ich denn jetzt nur? Beruchtig Sandy, beruchtig! Also ich bin jedenfalls kein Belly-Wichter, damit das schon mal klar ist. Hey, was ist denn da? Das nehme ich mit. Wünschte Leute, woanders? Wünschte Leute! Ja, es ist da? Wünschte Leute, woanders? Wünschte Leute! Das war's. Na, der Router da! Warum schauen mich alle so merkwürdig an? Wo bleibt ihr denn? Kommt mal her! Nee, nee, nee. Lass mal. Wir bleiben lieber hier. Nee, nee, nee. Lass mal. Wir bleiben lieber hier. Na, ihr seid ja Angsthasen. Ich bin kein Angsthasen. Bist du da? Bin ich nicht. Denk doch, was du willst. Jetzt muss ich erst mal gucken. Jetzt muss ich erst mal gucken, ob ich das gesehen habe. Ich muss bleiben. Ach, du hättest dann auch fast klingelig, weil ich spür's. Ja, erst mal gucken. Und dann... Zack, zack. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017